So, herzlich willkommen zu einem neuen Video, heute Bikepark Andreasberg, ja ist mein erstes mal hier und ja ich habe Helm und Protektion ausgeliehen, da ich das für sinnvoll halte, da mein Fullface mir nicht mehr passt. An sich wollen wir heute alle Lines abfahren, mal gucken wie es wird, aber ich glaube das wird heute ein geiler Tag, ja dann bis jetzt um. Wie erstes? Okay Oh, ich bin jetzt mal. Oh, ich bin jetzt mal. Oh, ich bin jetzt mal. Das war's für heute. Okay, dann jetzt los, die Nummer 2. Okay, dann los. Okay, dann los. Okay, dann los. Okay, dann los. So, jetzt mal die Jump. Okay, dann los. Okay. Das muss ich üben. Okay. 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 Ah fuck, da konnte ich auch mal eingefalten. Oh Junge, da war ich zu früh. Ich bin schon wieder auf dem Fahrrad. Und da bin ich schon wieder auf dem Fahrrad. Ich hab ihn zu weit gesprudelt. Ich bin schon wieder auf dem Fahrrad. 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 Fahrrad. Ich bin schon wieder auf dem Fahrrad. Ich bin schon wieder auf dem Fahrrad.